Ich wollte mit Ihnen kurz noch ein kleines Spiel spielen, denn ich werde ein paar Klassiker der Literatur hinhalten und möchte gerne ein ganz kurzes Statement, einfach nur ein Wort, was Ihnen da konkret so einfällt. Zuerst Sie und dann Du. Die Budenbrocks. Sensationell. Entwicklungsroman aus dem 19. Jahrhundert. Beginnt das 20. Jahrhundert damit, spannend zu lesen, humorvoll, hat man vor den Deutschen gar nicht so zugetraut, jedenfalls nicht sehr viele, vielleicht Lichtenberg. Sensationell. Ich habe es nicht gelesen, tut mir leid. Also ein Klassiker, für den ich aber tatsächlich noch lesen wollte. Okay, kann ich empfehlen, ich gebe ihn dir nachher mit. Ja, gerne. Nächstes, der Duden. Was fällt euch ein? Rechtschreibreform, ganz schrecklich, aber eigentlich wunderbar, weil die Grundlage für die Schönheit der Sprache. Ja, also wir hatten damals immer so einen ganz alten Duden noch, da waren dann glaube ich mittlerweile auch ganz viele Worte verändert worden, als ich noch zur Schule ging. Und wir hatten aber immer noch diesen alten Duden, den ich dann zu Rate ziehen musste. Ich bin jetzt mit der neuen deutschen Rechtschreibreform auch nicht so... Wirst du es noch nachholen oder ist es schon vorbei? Ja, ich habe eine Tochter, die geht jetzt zur Schule, da werde ich wohl nicht umhinkommen. Aber ansonsten schreibe ich einfach, wie es mir gerade einfällt. Apropos Tochter, Harry Potter. Ich habe mich lange gesträubt und bin jetzt schließlich doch bekehrt. Finde es auch toll. Übrigens auch die Verfilmung ganz schön. Also jetzt Weihnachtszeit, Adventszeit, Harry Potter, selbst für den Erwachsenen. Klasse. Markt, alles prima, vielleicht nicht so prima und trotzdem bezaubert. Einfach gut. Und es wird gelesen. Ja, geht es dir noch besser? Und Nils? Also ich habe es nicht gelesen, ich habe dann die Filme geguckt und war total verwirrt, weil ich plötzlich mit diesem Vokabel nicht mehr klar kam und ich wusste, worum es geht. Ich finde Leaveny Snicket besser. Das ist so ein bisschen ähnlich, aber auch für Kinder, aber etwas böser und toll gemacht. Okay. Vorletztes? Meiner ist, Donald dreht durch, mein Lieblingsding. Donald Duck, tut mir leid, lauter tolle Literatur, die ich jetzt zeige. Donald mit das beste an Comics überhaupt. Keine Frage. Ja, ich hatte auch viele von den lustigen Taschenbüchern. Mich hat allerdings, ich fand Phantomias die beste Figur, weil mich das immer aufgeregt hat, dass Donald immer den Arsch getrieben kriegt von Gustav Gans und so. Das fand ich immer super, das fand ich immer ungerecht. Und dann als Phantomias hatte er endlich mal irgendwie so den Sieg auf seiner Seite. Genau, das ist sehr gut. Und zum Schluss zum Runterkommen? Nee, gar nicht zum Runterkommen. Ja, geht alles mit los. Nackte Frauen, Liebe, viel mehr drin, als man glaubt. Und wirklich nach wie vor die Grundlage Zivilisation. Okay. Ich habe ja mal im Konfirmationsunterricht der Pfarrerin gesagt, könnte das nicht sein, dass die Bibel sowas ähnliches ist wie Tausend und eine Nacht. So Geschichten, die sie sich damals erzählt haben und die dann aufgeschrieben wurden und da bin ich dann fast rausgeflogen. Super. Es ist kein Rechenbuch, hat die dann gesagt. Doch, aber gut. Prima, vielen Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht mit euch zu diskutieren und gerne mal wieder. Auf Wiedersehen. Willkommen. talvez dein Bauch aus Sign skap. Was ist mit der Statik geht. Tötrich. 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 Mohammed so Тötrich. Und alles ist meg,iyerte. Liebe? Prima. Mustam. Wir haben das. Verheben.